Links! Stopp! Links! Links! Ja! Stopp! Manu, Manu, an die Mauer ran! Schmatke, pass auf! Ja! Kommt in den E-Streifen! Hier geht's ein Zweikämpfer da gewinnen, Jungs! Ja, richtig! Da kann er die Schuppe! Ich führ's an! So, pass auf Stefan, komm! Weiß! Jetzt kommt, kommt Shirleyза Ball! Halt! 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 Alter, weiter, komm, gleich wieder auf, ne! Hallo, du hast recht von dir, hol dir Manu runter, übergebe, tausch mit Manu! Hallo, du hast recht von dir, hol dir Manu runter, übergebe, tausch mit 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 Manu runter. Hallo, du hast recht von dir, da ist doch keiner! Hallo, du hast recht von dir, da ist doch keiner! Schuss, komm hoch, weiter, weiter. Er muss da rein in die Aktion. Das war's für heute. Vier Mann, vier, fünf Leute! Uli, Palle, raus! Vier, vier, weiter! Palle, Randa, Palle, Randa, Stopp! Heimlich, Stopp! Großmacht in der Mauer! Blechst du an den Ohren! Blechst du an den Ohren! 41. Spielminute, neuer Spielstein, unser Gast für 2 zu 0, Torschütze, der Spieler mit der Nummer 23, Manuel Egelmann. Kommen wir weiter, kommen wir weiter, nehmt sie wieder auf auf die Mittellinie!